Prignitz. Bereits eine Woche vor dem Osterfest stimmte der Ostermarkt am Schloss Grube am 28. März auf die kommenden Feiertage ein. Wie auch bereits in den Vorjahren boten Händler aus der Region vor und im Schloss ihre Waren an. Darunter Kleidungsstücke aus Alpaka-Wolle, Schmuck, Süßwaren und Geschenkideen. Die kleinen Besucher des Schlosses in Grube konnten sich im Obergeschoss schminken lassen und basteln. Am 11. April erwartet Besucher des Barockschlosses ab 19.30 Uhr ein Klavierkonzert mit dem Titel Tchaikovsky und seine Favoriten.